Herr Premierminister Rutte, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Jambon, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Jambon, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Jambon. Also das kannst du dir echt nicht ausdenken. Bei der neuesten Rede von Scholz bei der Leipziger Buchmesse wird die ganze Zeit reingerufen, gestört, unterbrochen und also wie er damit umgeht, ich werde es dir in diesem Video rhetorisch analysieren und wie er sich da auch ehrlich gesagt mehr oder minder nur wirklich gut verteidigen kann, das zeige ich dir in dem Fall mal. Schau mal hier. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Kretschmer, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jung, sehr geehrte Frau Schmidt-Friedrichs. Es könnte echt eine L'Oriot-Szene sein, oder? Also schon bevor er anfängt zu reden, schreit jemand laut Hals rein. Du kannst das nicht so stehen lassen und einfach so tun, als wäre nichts und deine Rede anfangen. So, da kannst du, das ist perfekt für dich als Rhetoriker, du schaust dir die Person an, lass die 5, 6, 7, 8 Sekunden lang schreien, in der Zeit hast du wirklich gut Zeit, dir eine schlagfertige Antwort zu überlegen, ganz entspannt. Und dann sagst du was dazu, aber gehst nicht nicht darauf ein. Das ist unglaublich. Also natürlich, ich empfehle es ja auch immer mal wieder. Es gibt Situationen, wo du, wenn Gegenwind kommt, erstmal ruhig bleiben solltest, weiter im Kontext gehen solltest und dir auch das, sag ich mal, kommunikative Zepter nicht aus der Hand nehmen solltest, ganz klar. Aber, Abraham Maslow sagt schon, wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, der sieht jedes Problem nur als einen Nagel an. Und deswegen ist es so wichtig, so viele innere Werkzeuge, aber auch kommunikative Werkzeuge haben, um mit solchen Stresssituationen umgehen zu können. Und nicht zu reagieren in einer Situation, wo es schon lange alle nervt, das wird dich nur schwächen und dich letztendlich nicht ernst genommen lassen wirken. Also ganz spannend, ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass bei Unterbrechungen, bei einer Rede jemand vom Team der Veranstaltung kommt, auf die Bühne kommt und das, sage ich mal, von Veranstalterseite irgendwie klären will. Habe ich noch nie gesehen. Wenn das passieren sollte, wie in dieser Szene, hast du zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit A ist, es einfach anzunehmen. Warum kannst du das wirklich gut machen? Naja, ganz einfach, weil A, damit ist der Angriff von dir dissoziiert. Das empfehle ich auch in meinem Meisterkurs der Schlagfertigkeit immer wieder. Du musst die Angriffe von dir dissoziieren, dass das Negative nicht an dir kleben bleibt. So, und das kann wirklich jemand aus dem Veranstalterteam gut machen. Warum? Die haben das Hausrecht, die haben eingeladen, die können sich auf diese Dinge berufen. Wenn du das ablehnst, wie Scholz es hier in dieser Situation macht, das kannst du schon tun, dann solltest du aber wirklich ein rhetorisches Konzept haben, um schlagfertig damit umgehen zu können. Und das ist das, was mir halt bei ihm oft schon gefehlt hat und was wir jetzt hier wieder sehen. Und das lässt ihn letztendlich wieder unsicherer wirken. Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss. Also, okay, hör auf zu brüllen. Das Wording ist schon okay. Aber die paraverbale, also die stimmliche Ebene, da sagst du, hör auf zu brüllen. Da gehst du am Satzende mit der Stimme nach unten, dann ist es ein Befehlston, das ist nach vorne. Aber wenn du sagst, hör auf zu brüllen, natürlich tut die Person es dann nicht. Und dann bei dem Schluss, ja, also auch nochmal so Hex-Hex oder wie, ja, dann auch dabei noch zu lächeln und zu lachen, das nennen wir in der Psychologie eine Inkongruenz, also eine Unstimmigkeit von der nonverbalen Ebene, der körpersprachlichen Ebene, wo er lächelt und lacht und mach ruhig weiter, kein Problem. Und aber auf der verbalen Ebene zu sagen, Schluss, hör auf damit. Das muss kongruent sein. So, und in dem Fall, was passiert? Natürlich, wir achten mehr auf die Körpersprache als auch das gesagte Wort, die Sprache. Und natürlich hören sie nicht auf, zu schreien, zu schreien. Autoren und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, Verlegerinnen und Verleger, Besuchern und Besucher, uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen, nicht die Macht des Geschreis. Okay, das finde ich wiederum eine gute Utilisierung, nennen wir das. Utilisierung bedeutet, einen negativen Angriff positiv für dich zu nutzen. Und hier zum Beispiel zu sagen, wir sind hier zusammengekommen für die Macht des Wortes. Dafür bist du hier übrigens auch zur Redefabrik gekommen und nicht für die Macht des Geschreis. Super gut, ja, also das so zu nutzen ist gut. Das Problem ist halt, da sehen wir den Unterschied zwischen der Kommunikation nach außen und der Persönlichkeit. Und was ist hier die Situation? Auch wenn er hier kommunikativ einen guten Konter hat, das wird halt niemals aufgewogen auf der anderen Seite von einer Persönlichkeit, die wohl eher harmoniebedürftig ist. Also das ist was, was ich mir auch immer wieder im Training anschaue. Natürlich bin ich Kommunikationstrainer, bin aber in erster Linie auch Psychologe. Und deswegen schauen wir uns immer an, wie sieht denn die Persönlichkeit aus? Weil du kannst noch so viele schlagfertige Sprüche auf den Lippen haben, wenn du nicht innerlich selbstsicher bist. Und mit einer Ruhe und einer Gelassenheit und auch einer Selbstsicherheit und Stärke das zu vermitteln, also von unseren Farben des Charisma, hier eben nicht nur sachlich die Präsenz zu haben oder die Empathie, die liebevolle Wärme zu haben, sondern auch diese Stärke zu haben, selbstsicher auch deinen Standpunkt zu vertreten. So wirst du auf der Persönlichkeitsebene Menschen einfach nie überzeugen. So, wenn dich das interessiert, wie gesagt, Charisma-Manchoring, verlinke ich dir gerne unten in der Beschreibung. Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, ob er selbst nicht, also ob es vielleicht bei ihm so leise ist, dass er die Reihenrufe nicht hört, was aber schlecht sein kann, sonst hätte er nicht Bezug darauf genommen. Aber das stört halt die ganze Gruppe. Das ist halt wichtig zu wissen. Wenn du vor einer Gruppe stehst, dann geht es nicht nur darum, ob du jetzt als guter Rhetoriker gefeiert wirst. Das ist nicht der Sinn vom Thema Charisma. Der Sinn ist, dass du so in deiner Selbstsicherheit und in deiner Leuchtkraft bist, sage ich mal, dass du auch die Verantwortung übernimmst, dass diese ganzen Menschen, die da sitzen, dir die Aufmerksamkeit und ihre Lebenszeit schenken, dass du die Verantwortung übernimmst, da auch respektvoll mit umzugehen. Und wenn du nicht die Führung übernimmst und auch nicht jemanden von der Veranstaltung übernehmen lässt, wenn jemand reinruft und alle stört damit, dann wirst du halt als Führungskraft in so einer Redesituation halt nicht ernst genommen. Im Zug zwischen Hamburg und Bonn oder jetzt, wann immer es meine Zeit erlaubt, seit ich denken kann, begleichen mich Bücher durch mein Leben. Dabei bin ich genauso wenig auf einem. Ich glaube, dass es nicht richtig ist, Demokratie mit lauten Brüllen zu verwechseln und deshalb... Also, das ist jetzt Metakommunikation. Er redet über die Art und Weise, wie sie miteinander reden. Das ist eines der besten Tools, Werkzeuge, die man in solchen Situationen nutzen kann. Aber wie er es verwendet, das ist einfach nicht gut gemacht. Dann drehst du dich um, hörst dir das, wie gesagt, vier, fünf Sekunden an und sagst, Es gibt Menschen, die wollen uns hier entzweien. Es gibt Menschen, die wollen hier mit ihrem lauten Gebrüll die Demokratie so zerstören, dass die Meinungsfreiheit nicht mehr gilt. Weil während ich hier meine Meinung sage und diese Menschen ihnen nicht die Möglichkeit geben, mir zuzuhören, kann ich dieses Wort hier gar nicht bringen. Was wir gerne machen können, wenn sie jetzt ruhig sind, dann gebe ich ihnen nachher die Möglichkeit, mit mir nach dieser Rede zu reden. Dann kommen sie und dann können wir wirklich diese Themen besprechen. Das ist Demokratie und eben nicht ein Niederbrüllen der anderen Seite. So, und dann hast du es irgendwie etwas besser mit eingebracht. Also es gibt noch viel, viel mehr Technik. Also es gibt ja ganz viel, wo du entweder wirklich einen schlagfertigen Konter bringst oder sagst so, ne, lasst mich ausreden, dann lasse ich euch nachher ausreden. Oder was Lindner natürlich auch oft macht, der Person richtig auch das Wort zu geben und ein Mikro zu geben, würde ich jetzt in der Situation auch nicht machen. Aber das macht er einfach nicht gut. Und deshalb bitte ich nochmal allen, die hier anwesend sind, die Möglichkeit zu geben, an diesem Gespräch und dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich jedenfalls glaube, das wäre in aller Sinne. Also, ja, inhaltlich gut gesagt, aber rhetorisch eben nicht gut verpackt. In so einer Situation zu sagen, also, ich bitte nochmal alle darum, alle an diesem Gespräch teilhaben lassen zu können. Es ist kein Gespräch, es ist eine Rede, die du hältst. Und es ist okay, dass die Leute deine, also ihre Lebenszeit dir schenken. Ja, und dann kannst du in so einer Situation auch sagen, ich wurde hier eingeladen, um hier jetzt zu sprechen. Über diese Einladung freue ich mich sehr. Sie wurden in diesem Moment nicht eingeladen, hier rein zu schreien. Deswegen unterlassen sie das Schreien und nachher können wir uns gerne unterhalten. Ja, so kannst du das einbinden. Aber ja, also ich fände das durchaus eine gute Sache. Alle an dieser Veranstaltung teilhaben zu lassen. Naja, gut, wenn die Ordner kommen und diese schreiende Person rausbringen, dann wird sie nicht mehr Teil von der Veranstaltung sein. Also, das ist schon widersprüchlich in sich leider. Folgen wir denen nicht, die uns spalten wollen. Die ganze Gruppen. Guck mal, das finde ich jetzt wieder gut. Und es zeigt eigentlich die Dynamik hinter solchen Situationen. Er hat schon in seiner vorbereiteten Rede drin gehabt, lasst uns nicht denen die Macht geben, die uns spalten wollen. Das Einzige, was er macht, ist, er dreht sich um, zeigt auf die. Super gut utilisiert, super gut genutzt. Natürlich, wenn er nicht das vorgeschriebene Manuskript hätte, sondern selbstsicher und frei sprechen könnte, wie es viele andere Politikerinnen und Politiker gut können, dann hätte er das sogar noch, sage ich mal, etwas entspannter nutzen können. Aber jetzt kommt die Szene und was passiert? Er zeigt nur einmal hoch und schon applaudieren die Leute. Das zeigt, das Publikum ist sowieso auf deiner Seite. So, das Einzige, was du tun solltest, ist, deinen Charakter zu entwickeln und deine Kommunikation so zu verbessern, dass du solche Momente und auch das Wohlwollen des Publikums, Capitatio Bello Volentiae, das haben die antiken Rhetoriker schon gesagt, das einfach nutzt. Es ist Gold, das dir die Leute schenken. Aber anstatt, dass du es wegwirfst, kannst du als guter Handwerker mit gutem Handwerkszeug, guten Tools, Werkzeugen, wirklich auch was Tolles draus machen. Und dann wird deine Rede, anstatt halt irgendwie beschmutzt von rechts und links, dann wirklich auch zu einem beispielsweise schönen goldenen Schmuckstück am Ende des Tages, an dem sich die Leute auch erinnern und sie vielleicht auch was für sich mitnehmen. Also, das solltest du bedenken. In solchen Situationen es nicht einfach nebenbei so plätschern lassen, sondern aktiv darauf eingehen, wenn die Leute dir eh schon das Wohlwollen und ihre Lebenszeit schenken. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, k-mentoring.de verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.